What's up und Willkommen zu Risen Wir werden jetzt mal Was werden wir tun? Wir werden neue Rüstungsteile an uns nehmen wenn wir welche finden oder wie es bis dahin vordrängen können Gleich mal speichern, gleich am Anfang Easy Das war schon mal kein Problem Das nächste Kampf wird etwas schwieriger vielleicht Und deswegen speichern ich gleich schon wieder das zweite Mal Das ist Rekord, oder? Okay, das war jetzt leicht Und der ist mal gleich in der Lava-Faschung Äh, muss ich da jetzt auch mit Levitation runter? Ah, nee, warte Äh, mal sehen Da hinten ist ein Wind Ob das mit einem feinen Bogen hinkriege Bingo Ha, da brauch ich keine Telekinese verschwenden So war das, sehr gut Gut, dass ich das noch gesehen habe Ich wollte schon mit Levitation noch rüberknall Äh, fliegen Was haben wir da? Da hätten wir noch mal Levitation Hm Gut Also haben wir es gespart uns Äh, kann man das zerstören? Hä? Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Oder muss man sich jetzt irgendwie da runter schweben deswegen Levitation gekriegt? Scheinbar so Oder? Äh, ein Moment bitte Ich check mal gerade hier ab Hier unten lang Wow So nah an der Lava Das gefällt mir nicht Ja, schätze man muss doch rüberfliegen Naja, egal Ich hab ja einmal Levitation gefunden Zack Bloß nicht in die Lava kommen Alles klar Und da hinten ist auch Nochmal Teleport zerstören Äh, magische Barriere Ach, sieben Stück Da haben wir ja noch genug Sehr schön Wow Was haben wir da? Heilgrad Okay Du bist mein So Auf der sieben Okay Und zack Einmal verschwinden bitte Scheiße Ich bin schon wieder Hier Einmal kluck, kluck, kluck Und zack Jetzt nochmal speichern Und dann geht's weiter Oh, da muss man aufpassen Hey, ihr da Kommt mal her Rüber Nein, nicht auch alle Nein What the fuck? Das klappt echt? Ah, und ich renn Ich renn rein Oh Alter Da hab ich jetzt grad nicht nachgedacht Oh, Leck Was war denn das jetzt für Oh Alter Das war jetzt irgendwie Eine dumme Reaktion Ich wollte die ausnehmen Und hab nicht dran gedacht Dass die Falle ja nach wie vor Aktiviert ist Oh Das tut weh So viel Dummheit Oh, Leck Häufige Speichern ist sinnvoll Ja, das haben wir wieder gemerkt Wegen solcher Aktionen Brauche ich unnötig viel Zeit Aber es klappt echt Dass man die Damit auch Besiegen kann Aber da kriegt man keine Erfahrung Brauch ich die Erfahrung Oder soll ich sie Ja, ich hab jetzt Hm Gute Frage Nächste Frage Hey du Sehr schön Erstmal nur der Lol Aber das wird Bei denen nicht ausgelöst Nur wenn ich drüber springe Mist Alter Was war das denn Ah Boah Boah Geschafft Alter So, jetzt nochmal Großen Heiltrank bitte Gut Und nochmal Besprechern Das gibt wenig Erfahrung Ja Ist hier noch was? Ja, da ist auch noch was Hey du Komm mal hier rüber Ich hab was für dich Nein Da hat ich beide Boah Mist Hat er mich doch erwischt Ey Ey Fuck good Schnell heilen Boah Alter Das ist Ja 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 Was zum Teufel Ah Alter Mann Das gibt's auch nischt Komm schon Stell dich nicht so blöd an Komm die pack ich doch noch Irgendwie muss die da packen Ich hab so viele Illidikrieger schon besiegt Da krieg ich die da auch noch hin Dass es immer so schnell laden Äh Lange laden muss Von wegen schnell laden hier Der Name wird nicht gerecht hier Ja komm 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 Noch ein Stück Noch ein Stück Ja 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 Und Und Na endlich Och wie soll wieder beide kommen Diese Penner Loll wir Was Die Haben das doch gar nicht berührt Okay Komm scheiß drauf Dann hab ich halt jetzt ein bisschen Erfahrung verpasst Aber Ich lad jetzt nicht nochmal Ha Perfekt Ich mein das krieg ich noch hin So Da Obsidian Oh Nice So Einmal nochmal Kleinen Heiltrank Hör das bleibt jetzt die ganze Zeit oben oder was Hat der eigentlich nicht da drin steckt oder Hä Pff Anscheinend Da ist Büsse des Königs Eine Steinplatte Die kann man ja auch gleich mal lesen Brauche ich zwar eigentlich nicht wirklich mehr Experte Experte das heißt Dass ich jetzt 200 oder was Ne wo war das Da hab ich doch eben was gesehen Ähm Ähm 100% Erreicht 100% 200 ist Maximum Und warum hab ich denn Kann ich nicht weiter lernen Ist doch auch blöd Ich spreche nochmal Weil ich schätze wenn ich die jetzt da runternehme Ja Super Komm ich jetzt wieder Ähm Habe ich in der westlichen Vulkangrotte gefunden Ja westlich Brauche ich die irgendwo hier Ja Hier zum Beispiel Alter Hi du Ah komm Gehe ich erstmal woanders lang Vielleicht hier Hm Aber das kann ich doch zerstören Ja Das geht Okay So bitte Beiseite Gleich durchschlagend Oh da ist noch ein Riesenskorpion Wow Hey Hey Blödes Vieh Aber naja Viel Schaden machen sie ja irgendwie nicht mehr So jetzt bin ich hier Okay Und das bringt mich inwiefern weiter Oh Das war ja jetzt leicht Leichter als gedacht Ah da ist zum Beispiel Ein Loch Für Nautilus Aber das mach ich noch nicht Erstmal geh ich woanders lang Gehe ich den Gang hier weiter Nur nicht übersehen Wie ich es erstmal durchgespielt habe Hab ich ja gern die Nautilus Löcher da Übersehen Das hätte ich nach Am weiteren Ja Aschen Ah Zwei Stück Are you kidding me Komm nur du eine bitte Hallo Du da Samo Ah gut Ja Ja Aschenpässe Komm mal her Ja braver Kerl Haha Bäm So Der nächste kommt zu Klaasch Boah 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 Verdammt What the fuck Nein Was zum Teufel Alter boom 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 Also heute bin ich schlecht wieder Schon dreimal laden müssen Dreimal kaufgegangen Boah Das ist echt schlecht Von meinen Wie soll ich sagen Talentiertheit vom letzten Mal Ist nichts mehr übrig geblieben Naja zumindest war ich da wirklich Flink und Ja keine Ahnung Hm Komm weiter Mach weiter Ja bitte Please Hm 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 Diese Aschenbäschen Der eine schaffe ich ohne Schaden zu kriegen Der andere macht mich voll fertig Was zum Teufel Ja Das ist echt komisch Wie komisch Das manchmal verläuft Warum nicht gleich so Jetzt sind wir auch schon fertig wieder Ach Ne Natürlich Muss ich einmal so drauf gehen Er muss mir einmal eine Lektion erhalten Bevor er dann Ja okay Okay Hier geht es auch nicht weiter Mal auf der Karte gucken Hä Gibt es hier keine Regionalkarte Bin ich hier schon wieder von der Regionalkarte Weg Sonst kein Weiterkommen Nein Da müssen wir wohl durch die Nautilus Tür da Würde ich mal schätzen Äh Und dahinter dran wartet doch gleich Wieder ein Krieger oder Ich ahne es doch Äh Nautilus Äh Autsch Kopfweh Und dadurch Natürlich Alter das ist doch mies So schnell habe ich doch Nein Oh Was Mordtarras Echsenkönig oder was Nein Er hat mich voll erwischt Nein Halt habe ich Glück Ich stecke fest Boah alter Und der hat Büsste sie König Der hat richtig einen Namen Der muss ja richtig bedeuten gewesen sein Oder er war wirklich der König Der Büsste Rosaphir und ein Rubin Ja genau Ist mir doch gedacht Ach gut Jetzt kann ich Da drauflegen Na Ja das muss ich ja dann mit Telekinet oder so machen Und es dann mir rüberziehen Oder was Ja ich kann die jetzt hier drauflegen Dann öffnet sich das Ja Pff Anders wüsste ich nicht Habe ich noch genug Genau zweimal Perfekt Komm zu Papa Ja komm Komm Perfekt So Um ganz sicher so sein Da Einmal Das kannst du nochmal sichern Und dann Telekinesen Nummer zwei Ja Finde ich Eigentlich unreal Ich meine das ist eigentlich Unlogisch Dass das erst runter geht Wenn man es dann hat Weil Sobald es ja Davon weg geht Dann muss der Möncherminismus doch schon Ausgelöst werden Und sozusagen Kommt man da nicht weiter Waaaa Zwei Priestern Na klar Natürlich Bäm Haha So einmal Speichern Und weiter zum nächsten Boah Der macht mal Feuerbälle hier Mist Gut Gut Ah und da Was sehen wir da Einen Helm Zu Ursagors Rüstung Der Titanenhelm Fällt ja alle Teil der Titanenrüstung Bingo Nur noch Einer fehlt Vier im Sinn Einer Dahin Äh Ne im Sinn Egal Gut Haben wir das auch Ansonsten ist hier Doch eine Steinplatte Mal wieder Ich brauche doch gar Keine mehr Ach Gott Oh Ach so war das Jetzt muss man da Irgendwie da oben rum Hinaus Äh Ja Jetzt brauche ich Heilung Einmal bitte Kluck 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 Dankeschön Jetzt kommen noch Bisschen Fleisch Essen Hä Überall noch die Geräusche Da oben Lauern doch schon die nächsten So wie ich das sehe Die Nalkarte ist ja immer noch nichts Okay Ja gut Jetzt klettern wir mal da hoch Aber vorher speichern Bevor uns wieder welche überfallen So hier hoch Und da hoch Wie ging es dann weiter Ach dann müssen wir jetzt da rüberspringen wohl So war das ja Alles klar Und nun Da drüben Hm Da kommen wir ja noch mit Levitation rüber oder Alter Da muss man ja zwangsläufig wirklich Das dabei haben So kommt man ja gar nicht weiter Weil hier das kann man jetzt zerstören Gut Alles klar Dein sieht brüchig aus Ja das sieht man doch Dass er das jedes Mal nochmal testen muss Schlag doch gleich ein Und wenn es nicht geht Lass es halt sein Und daher schon gleich Und toter Krieger Natürlich Gut Einer weg Und ein Skelett Und ein weiterer Krieger Noch hinterher Uah Uah Ui Das ist ja mal gut gegangen Ich dachte Ich gehe jetzt schon wieder drauf Gut Alles klar So Und das weg Oh Wir haben ja relativ Viele Headringe jetzt gefunden 16 Stück nochmal Von den kleinen So habe ich da jetzt alles Okay nochmal speichern Oh da kann ich nochmal was zerstören Ja okay Und da kann man das jetzt runterhebeln Toll Dann geht das hoch Ja Was bringt es Ich muss da hier eh nicht mehr hin Aber egal Ich habe es trotzdem mal gemacht Gut Ähm Was passiert denn jetzt eigentlich Wenn man hier Weiß halt Tatsächlich Man kriegt nichts mehr dazu Eigentlich unnötig jetzt Egal So einmal trinken hier Und dann geht es weiter Ich finde das echt mies Wenn man da einschlägt Und dann gleich die entgegenstürmen schon Dann muss man verschleunigst Die Waffe ziehen Um nicht aufgeschmissen zu sein Ah Arschenbeste Ja und tut der Krieger Komm her Nein Haha Haha So Oh Löfferaufstieg damit Ui Und die Zeit ist auch gleich rum Haha Ähm Ja Nochmal trinken Oh da ist ja gleich der nächste Wui Bringt man den auch noch rum Ja komm Gut dass der nicht gleich auch kam Ah Verdammt Ich bin grad Irgendwie Ah Weg Joa Er wichst mich trotzdem Nein What the fuck Boah Geschafft Gut Hat doch nochmal geklappt Alter Da hatte ich echt nicht mehr viel Leben Es wäre ja fast schief gegangen So Will ich den auch noch besiegen Oh hier ist eine Waldtür Da muss man aufpassen Komm Das schaffen wir auch noch Kuckuck Komm her Mist der geht automatisch außen rum Ja Vielleicht hat der sich besiegen gelassen Oh die schwere Tür kann ich wieder öffnen Das ist komisch Dass manche schwere Türen so Mal öffnen kann und andere nicht Diamant Ein Teller Super Ah Und Telekanese Ja Können wir vielleicht nochmal gebrauchen Wo geht's denn eigentlich darunter Oh Das ist fies Dafür sind die Stacheln Direkt da In die Stachelfalle Okay Damit haben wir Immer hier Die westliche Vulkankrotte abgeschlossen Weil Wenn wir hier jetzt Das öffnen Haben wir einmal einen Rundgang gemacht Und wir sind hier wieder draußen Nice Damit haben wir es Erledigt Gut Also im nächsten Part Dann geht es dann Zur östlichen Vulkankrotte Da müssen wir das letzte Teil finden Und damit Haben wir das auch Da geschafft Ja So langs Dann reicht sich dann doch zu dem Ende zu Und mal sehen ob ich nicht doch nochmal über die ganze Insel guck Ob ich irgendeinen Ort vergessen hab Ja jetzt haben wir schon so lang dran Da muss man hier mal kräftig Auf dem Putz hauen Die Insel monsterfrei machen Oh 30 Leben Da kann ich auch nochmal hier schön leveln Okay aber es reicht für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal Also macht's gut Und tschüss Bis zum nächsten Mal